Wie viele Händler habe ich denn eigentlich noch zur Zeit? Zwei Händler und ne Hausseherer. Ja, hier rüber sollte ich mal. Dann könnte ich noch das hier einheimsen. So, mehr Weizen. So, Fische erforschen. Das Problem ist ja, er baut halt auch immer mehr Armee wieder auf. Und er hat, ja, er hat hier den Turm repariert. Mal kurz einen Blick in die Taverne werfen, was für... Generäle könnte ich noch anheuern. Sieg mit den Spezialisten. Den da sollte ich anhören, den Hals sparen. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Die Forschung sollte ich mir dann auch als nächstes kaschen. Weil die Forschung rettet auf jeden Fall unsere Grundversorgung an den Fischgründen. Die nächste Forschung macht meinen Handel effektiver auf jeden Fall. Ähm... Glückwunsch! Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ja gut, es sind noch genug Fischgründe da. Das heißt, um die brauche ich mir keine Sorgen machen. Vielen Dank. Und wie gesagt, ich muss gucken, dass ich jetzt hier meine Wurst wieder anwerfe. Das heißt eigentlich, das ganze Weizen muss hier hin. Und ich muss auch gucken, dass ich hier meine Dings ausbaue, meine Handelsstraße. Solange er hier die Befestigung nicht steinern macht, sollte alles im Lot sein. Das ist übrigens auch das nächste, was ich dann bräuchte. Also erstmal Drill und dann starke Mauern. Wobei, ich sollte erstmal Bruchdruck... Also erst die beiden hier. Ja. Ja. Achso, die Technologie. Eure Gebäude wurde ausgebaut. Gleich nochmal ausbauen. Gut, Fische sind kein Problem mehr. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Okay, Gold kommt jetzt auch rein. Gebäudeausbau fertiggestellt. Dann brauche ich zehn von denen. Ringe bitte alle hier lagern. Glückwunsch, eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Ist eigentlich die einzige Gigerhütte, die ich hier habe. Und ich sollte hier die Hauptstraße ein bisschen ausbauen. Dann bauen wir so weit raus. Ja, die Schafe, die bringend. Ja, gut. Achso, das sind die Gegnerin. Ich habe gerade gedacht, seit wann habe ich die beiden... Eine neue Handelsoption ist verwendbar. Und wir brauchen wieder mehr Geld. Zwei brauche ich noch. Okay. Also, sechs. Pausierer und immer noch einen Händler. Du bist die, die Schafe. Ja, das ist gut. Dimmst du? Ja, das ist gut. Du bist bei mir. Du bist aber auch ein Händler. Ich werde das hier. Du bist bei mir. Ich werde mich dabei. .... .... .... .... .... .... Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Na doch, das könnte ein bisschen wehtun. Aber eigentlich sollten meine Ballistiktürme das ziemlich schnell wegballern. Ähm, was? Habe ich vergessen hier meine Türme zu reparieren. Die war erfolgreich in der Erfassung der Nagentechnologie. Die war erfolgreich in der Erfassung der Erfassung der Erfassung der Erfassung der Erfassung. Die war erfolgreich in der Erfassung der Erfassung der Erfassung. Luft nehmen nach oben nach oben. Gut, sofort ausbessern. Kann ich ja gleich schon mal alles auf dich rüberschieben. Gut, sofort ausbessern.